Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich einen Pfannen bzw. einen Topfboden richtig reinigen kannst, wenn dieser einfach schon stark angebrannt ist und mit einem normalen Schwamm und Spülmittel nicht mehr sauber wird. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Im Internet gibt es einige Anleitungen, wie man zum Beispiel Backpulver, Essig oder auch Salz dieses Problem lösen kann. Das mag vielleicht bei leichten Verschmutzungen sein, doch wenn der Topf bzw. die Pfanne schon einige Wochen vielleicht so angebrannt ist, dann wirst du hiermit wirklich nicht weiterkommen. Und genau aus diesem Grund habe ich jetzt hier noch eine bessere Lösung für dich. Zuerst einmal solltest du deinen dreckigen Topf bzw. deinen empfangenden Verkehr herum auf ein Küchentuch legen und dann dir einmal solche Handschuhe hier anziehen. Als nächstes benötigen wir nämlich einen einfachen Ofenreiniger. Ich habe jetzt hier einen von Amway, mit dem habe ich bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht, doch diese gibt es zum Beispiel auch in solchen Sprayflaschen und das Ganze müssen wir jetzt nämlich hier oben einmal auftragen. Zuerst einmal gut durchschütteln, den Verschluss öffnen, etwas von dem Reiniger hier auf den Topf drauf geben und anschließend schön verstreichen. Der ganze Boden ist jetzt voll mit Backofenreiniger und das lasse ich jetzt je nach Verschmutzungsgrade mal etwas länger einwirken. Bei mir sollte ca. eine Stunde ausreichen und dann schaue ich mir das Ergebnis einmal an. Eine gute Stunde ist jetzt rum und ich hoffe man kann anhand der braunen Verfärbung von diesem Backofenspray auch in der Kamera leicht erkennen, dass somit der Schmutz auf jeden Fall schon leicht gelöst worden ist. Jetzt einmal die erste Schicht von dem Backofenspray mit einem normalen Küchentuch abwischen. Ich bin jetzt gerade einmal zweimal hier über diesen Boden drüber gegangen und du kannst gut sehen, dass sich schon sehr viel von diesem eingebarmten gelöst hat. Natürlich ist es immer noch etwas braun hier, doch das bekommen wir jetzt auch nur weg. Nun können wir nämlich noch mit der rauen Seite von diesem Schwamm hier oder was noch effektiver ist mit so einem speziellen Stahlschwamm für Pfannen und für Töpfen in Kreisbewegung diesen Boden hier unten noch weiter sauber machen. Am besten auch noch etwas Wasser hinauf geben und dann am Ende einmal das Ergebnis anschauen. Nach ca. einer Minute mit dem Stahlschwamm bin ich wirklich schon sehr zufrieden, weswegen ich jetzt noch den Topf mit warmem Wasser einfach abspüle. Und somit haben wir unseren Pfannen beziehungsweise Topfboden jetzt auch schon von dem Verbrannten wieder richtig befreit und damit du sowas in Zukunft übrigens nicht immer gleich mit dem Stahlschwamm und Backofenreiniger machen musst, am besten nach jeder Benutzung, wo etwas Fett hier vielleicht drunter geluftet ist, natürlich den Topf nicht nur innen, sondern auch außen richtig sauber machen. Und somit kannst du nämlich dieses verbrannte Zeug hier unten vermeiden. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Backofenreiniger hier einen Stahlschwamm oder vielleicht sogar gleich einen neuen Topf beziehungsweise eine neue Pfanne zulegen möchtest, weil diese schon sehr alt sind und das Kochen einfach keinen Spaß mehr macht, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr ober Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersielen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.